E-Exercise 2 In the second E-Exercise, we mix everything up and use all the modal verbs to transform sentences. So when you hear Ich öffne das Fenster nicht Dörfen You say Ich darf das Fenster nicht öffnen. When you hear Ich habe meinen Apfelkuchen mit Sahne. Mögen You say Ich möchte meinen Apfelkuchen mit Sahne haben. When you see mögen, use only the möchte forms as the present tense form mag is not a modal use of the verb. Let's start. Ich öffne das Fenster nicht Dörfen Ich darf das Fenster nicht öffnen. Ich habe meinen Apfelkuchen mit Sahne. Mögen Ich möchte meinen Apfelkuchen mit Sahne haben. Er bringt die Milch. Sollen Er soll die Milch bringen. Sie besucht ihren Onkel. Wollen Sie will ihren Onkel besuchen. Zwei Brote, bitte. Mögen Ich möchte zwei Brote, bitte. Wir kaufen die Bücher. Müssen Wir müssen die Bücher kaufen. Sie kommen nicht mit. Können Sie können nicht mitkommen. Er ist krank. Sollen Er soll krank sein. I hear he is sick. Kommst du morgen? Können Kannst du morgen kommen? Kannst du morgen kommen? Nein, ichere heilt die Bücher. Ich meine, danke. Ich will.